An der Universität wird sehr viel Forschung betrieben in den verschiedensten Bereichen und die siebte Fakultät hat die Aufgabe, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Gesellschaft zu tragen. Wir haben sehr, sehr spannende Themen, die von unseren Kolleginnen und Kollegen bearbeitet werden und wir wollen über die siebte Fakultät auch versuchen, diese Themen der Gesellschaft näher zu bringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017